Hallo zusammen aus meinem kleinen Homeoffice hier in Berlin. Mein Name ist Diana Brandl und ich möchte Sie heute ganz ganz herzlich zu einem neuen Webinar Konzept und Format einladen. SMI hat zusammen mit mir die Assistenz 4.0 fit for future in ein interessantes Webinar Konzept umgebaut. Wir werden uns online und sehr individuell verschiedenen Themen widmen. Es geht um die Tools und Apps der Arbeitswelt 4.0, virtuelle Chefentlastung, die Assistenz als Co-Manager, momentan ein sehr sehr wichtiges Thema, weil sie haben momentan viele neue Kompetenzfelder um sich herum, die durch diese Krise eben auch entstehen. Dann schauen wir uns die neue Manager-Generation von morgen an, die doch sehr sehr digital natürlich unterwegs sind und natürlich auch einen anderen Anspruch an die Assistenz von morgen haben. Und zum Schluss sollen natürlich auch Themen wie Resilienz und Achtsamkeit nicht völlig außer Acht gelassen werden, denn gerade die Arbeit im Homeoffice bedarf einem sehr sehr stringenten Selbstmanagement und dazu gehört eben nicht das Rennen in einem Hamsterrädchen, sondern da gehört natürlich auch immer mal ein gesundes Organisieren dazu. All das gepackt in fünf spannende Module, die sehr interaktiv gestaltet werden. Ich würde mich sehr sehr freuen, wenn ich Sie bei diesem neuen Format begrüßen darf, dann aus meinem Homeoffice hier heraus. Und ich sage an dieser Stelle vielen lieben Dank und bis hoffentlich bald!